hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu meinem neuen video wer es noch nicht weiß ich bin michael der barbecue bär heute machen wir uns was ganz einfaches und richtig leckeres und ich behaupte das kann auch jeder wir werden uns käse räuchern denn so eine gerichtete käseplatte an so einem barbecue abend ist einfach mega genial ob zu später stunde oder ganz am anfang wenn ihr sehen wollt wie das geht dann solltet ihr natürlich dranbleiben und sollte euch gefallen was ich hier so mache dann könnt ihr das gerne mit einem daumen hoch belohnt oder im besten fall noch mit einem abo ja und jetzt gucken wir uns die zutaten an und habe ich ja käse räuchern wollen brauchen wir in diesem fall auch fast nur käse und da geht dann auch eurem gusto der käse den ihr am liebsten esst den räuchert er euch natürlich in meinem fall ist das jetzt hier so ein bärkäse limburger camembert oder gouda und hier vorne haben wir noch mal zwei so mozarella kugeln aber wie ich ja eben schon gesagt habe nehmt einfach den käse den ihr räuchern möchtet beziehungsweise den ihr gerne esst und er sollte natürlich fest sein weil frischkäse das könnte so ein bisschen tricky werden aber wie gesagt alles was fest ist funktioniert hier ja und dann habe ich hier noch so einen mediterranen huap beziehungsweise gewürzmischung da schreibe ich euch eine unten ins rezept oder ihr nehmt irgendwas anderes was ihr zu hause habt ob es jetzt kräuter der provoz sind oder was auch immer denn damit können wir noch so ein bisschen den käse pimpen das waren unsere zutaten und ihr habt gesehen das ist wieder alles recht überschaubar und deswegen ist das ganze auch so einfach und wie ich eben gesagt habe wir wollen den käse so ein bisschen pimpen ja und damit fangen wir jetzt an dazu nehmt euch das gewürz und in meinem fall nehme ich dann den mozzarella und den rollen wir einfach so hier durch bis wir überall was dran haben und hier seht ihr dann schon den unterschied eine mozzarella kugel unbehandelt und diese hier richtig schön gewürzt und ich würde sagen das macht optisch was her ich nehme jetzt den käse den ich noch so veredeln möchte ja und dann gucken wir uns das ganze noch mal an so sieht mein käse jetzt aus ihr seht ich habe teilweise was ganz normal gelassen einfach nur um rauch dran zu kriegen den rest dann halt so ein bisschen gepimpt da müsste dann halt wie ich ja eben schon gesagt habe gucken wie ihr das machen möchtet ja und soweit ist der käse dann fertig vorbereitet und damit geht es jetzt an den räucherschrank so mein käse hat dann in meinem räucherschrank platz genommen den mache ich jetzt zu um käse kalt zu räuchern gibt es ja viele möglichkeiten und ich habe ja anfangs gesagt das kann jeder ich nutze heute hier meinen neuen räucherschrank von drehbos die vorstellung ploppt hier oben auf könnt ihr euch gerne angucken wenn ihr möchtet den werden wir jetzt erstmal in betrieb nehmen und dann zeige ich euch noch mal die möglichkeiten dass ihr das auch zu hause machen könnt ohne dass ihr jetzt hier so ein räucherschrank braucht bei dem räucherschrank ist es ganz einfach wir haben hier so ein kalt rauch generator mit an dem gerät dran diese geräte die kann man sich aber auch einzeln kaufen da werde ich aber jetzt erstmal meine holz chips rein machen ich werde da ungefähr so ein viertel rein machen weil mehr wie so fünf bis sechs stunden räuchern müssen wir nicht dann hat so ein kalt rauch generator und der regel hier solche löcher da gehen wir dann mit feuerzeug dran und fangen unsere holzstücke so ein bisschen an zu gucken dass die anfangen zu schwellen in dem fall haben wir hier einmal ein loch und hier auf der seite also ich mache beide an und ihr seht das fängt schon ganz leicht an zu qualmen als nächstes stellen wir dann hier an dem räucherschrank unseren luft kompressor an der ist in der regel bei so einem kalt rauch generator immer dabei hier ist er in dem gerät verbaut dann kann man das ganze hoch gehen weil wir wollen ein bisschen intensiver räuchern und später werde ich dann hier noch die umluft funktion an machen dass ich das da drin so ein bisschen besser verteilt aber für das erste lasse ich das erst mal so und ihr habt gesehen mit so einem räucherschrank ist das ganze in zehn minuten erledigt ihr macht euch den käse parat ich nehmt euren räucherschrank bereitet den vor dann seid ihr fertig stellt alles an und dann muss das ganze maximal sechs bis sieben stunden hier drin bleiben mehr rauch würde ich dem auf gar keinen fall geben weil alles was höher wie sieben stunden ist das wird dann zu intensiv da habt ihr so einen ekligen rauchgeschmack daran dass er von dem käse nichts mehr schmeckt alles was kleiner ist wie vier ja da ist es noch nicht so intensiv also ich sage mal zwischen vier und sechs stunden in dem bereich seid ihr da auf der sicheren seite und der käse wird dann perfekt so und jetzt für die die so einen räucherschrank nicht haben ihr könnt das natürlich auch machen ihr habt meine videos gesehen wo ich im karton geräuchert habe das heißt ihr könnt euch ein karton nehmen dann braucht er im nächsten schritt hier so eine räucherschnecke richter für 20 30 euro irgendwo im internet dazu dann richtig feines buchenmehl weil da könnt ihr hier diese groben chips wie für den rauchgenerator nicht verwenden ja dann macht euch den voll steckt den an und dann habt ihr auch eure zehn stunden was weiß ich die die räucherschnecke auf jeden fall schafft da in dem fall reicht dann quasi die hälfte weil wir wollen ja nur maximal sechs stunden räuchern das funktioniert dann hervorragend im karton als nächstes werden kugelgrill hat kann auf den unteren rost kann er auch hier diesen kalt rauch generator stellen kann den anstecken oben auf den rost legte euren käse und dann gibt er dem dieselbe zeit und dasselbe funktioniert natürlich auch in einem gasgrill das heißt ihr macht euch den deckel hoch stellt den kalt rauch generator rein packt euren käse dazu und dann gibt ihm aber ich habe ja auch schon eben grob angerissen es gibt kalt rauch generatoren so als einzelgeräte da muss da mal so ein bisschen googeln ich werde mal gucken ob ich irgendwo ein link finde den ich euch unten rein packen kann falls einer an sowas interesse hat da könnt ihr dann natürlich auch so wie ich hier das ding voll mit chips machen dann kommt dieser luft generator daran der das ganze so ein bisschen anfacht und dann dadurch halt diesen extremen rauch erzeugt den könnt ihr dann auch in so ein grill stecken den könnte dann so ein karton stecken den könnte in so ein gasgrill packen also auch damit geht das dann hervorragend so dass jetzt aber so zur theorie ihr habt gesehen möglichkeiten gibt es genug kalt zu räuchern ihr guckt was für euch am besten ist und so macht er das dann ja und das lassen wir jetzt erstmal vier stunden in ruhe nach den vier stunden gucken wir einmal rein denn die liegen jetzt hier so offen im rost und dann habt ihr nachher wo der rost ist dann halt die stelle die halt nicht geräuchert wird deswegen nach vier stunden wenden wir das ganze einmal und da sehen wir uns wieder mittlerweile ist dann halbzeit von unserer käse räucher zeit und wir schauen mal rein jetzt lassen wir erstmal den rauch verfliegen ja und wie man sehen kann rein optisch sieht das schon richtig gut aus aber wie ich ja eben schon gesagt habe ihr seht wir haben jetzt oben schön rauch dran und noch nicht so jetzt werde ich den käse einmal komplett wenden so dann können wir den rauchgenerator wieder auf volle pulle stellen dass wir wieder ein bisschen mehr rauch in den kasten bekommen gewendet habe ich jetzt die tür zu und dieselbe zeit noch mal mittlerweile sind dann sechs stunden rum unser käse hat fertig geräuchert so sieht das ganze aus und rein optisch würde ich sagen sieht das ganze mega aus man sieht den rauch förmlich und wenn ich unseren bergkäse sehe der sieht aus wie cheddar dann noch so ein paar trauben dazwischen gelegt das ganze so leicht braniert ich denke mal so kann man das dann auf den tisch stellen käsemesser dazu und jeder der möchte kann sich ein stück abschneiden ich werde mir jetzt hier so ein stück mozzarella und was von dem bergkäse abschneiden werde das ganze probieren ja weil alles werde ich nicht durchprobieren weil den brauchen wir noch für was anderes ich werde jetzt nur die zwei stücke nehmen stück abschneiden und dann wie gesagt wird probiert hier habe ich sie dann liegen meine zwei test objekte jetzt werden wir hier vorne mal das stückchen abschneiden und ich hoffe man kann es sehen wie er vorher aussah und wie er jetzt aussieht ist einfach nur der hammer dasselbe machen wir jetzt hier bei unserem mozzarella ja und die zwei stücke werden wir jetzt vor kosten und anfangen werde ich hier mit dem mozzarella dann folgt der bergkäse so dann habe ich meine zwei probierstücke genossen bei dem mozzarella muss ich sagen der ist ja von hause aus ziemlich geschmacksneutral ich denke mal ein kombo mit dem gewürz und rauch ist das noch mal eine nummer besser so einfach nur geräuchert finde ich dir jetzt für mich persönlich man schmeckt halt nur rauch und sonst nicht wirklich irgendwas anderes also von daher ob man jetzt mozzarella räuchern muss sei mal dahingestellt ich werde es nicht mehr machen weil das ist jetzt in anführungsstrichen nicht so mein fall gewesen klar es ist lecker man kann es essen aber dann reichen auch ein zwei stücke und dann ist man mit der ganzen nummer auch durch ich weiß jetzt halt nicht wenn man den scheiben schneidet geräuchert macht er auf eine pizza oder überbacken auflauf damit ich denke mal das könnte noch mal eine geiler werden deswegen probiere ich das natürlich und dann irgendwann werde ich euch das mal sagen dann zum bergkäse der ist mega geil weil er ist von hause aus ja schon richtig mega würzig bringt schon viel geschmack mit dann auch hinterher der rauch daran der gibt dem ganzen noch mal so richtig fahrt das heißt geschmacklich ist das wirklich mega also bergkäse kann ich euch auf jeden fall empfehlen zu räuchern den gauder auch weil er hat auch genug geschmack kam der plus der limburger den auf jeden fall weil der hat auch richtig pfiff und dann noch rauch dran hammer geil also die käsesorten wie ich jetzt hier habe könnte auf jeden fall machen ohne probleme und wie ich ja gesagt habe maximal sechs bis acht stunden sechs stunden hier ist schon vollkommen ausreichend denken wir legen uns jetzt mal auf sechs fest das schickt dann auch vollkommen ich denke mal 45 dann habt da so eine leichte dezente note da müsst ihr halt gucken wie ihr es machen möchtet aber alles was drüber ist denke ich mal wird too much und dann habt ihr euch das ganze ding versaut ja und mozzarella wie erwähnt kann man machen muss man nicht es war ein versuch ich denke mal mit der kräuterkruste schmeckt er besser weil er so noch mal ein bisschen mehr geschmack drumherum hat und nicht so ganz neutrale sondern nur rauch schmeckt also von daher ihr wisst bescheid käse räuchern ganz einfach gemacht ist es schnell gemacht und auf so einer grillparty denke ich mal ein hingucker oder wenn man die käse hinterher nimmt schneidet sich den schön auf packt den auf dem burger geräuchert und er schmilzt dann noch ist denke ich mal auch noch mal eine mega geile hausnummer so jetzt habe ich mich aber fast schwindelig gequatscht ich hoffe das hat euch gefallen sollte dem so sein gibt mir gerne daumen hoch dann freundlichen kommentar seid ihr noch keine abonnenten hier oben könnt das nachholen da plock mein logo auf das könnte anklicken dann die glocke aktivieren damit er kein video mehr verpasst von mir her und dann sage ich wie immer bis zum nächsten video gehabt euch wohl euer michael macht's gut ciao